hier so wir rutschen jetzt hier schwimmen da jetzt rein jawohl los geht's jetzt aber attention please leise rein schon ja einmal tauchen einsatz abgeschlossen einsatz ziel deaktivieren sie die steuer box und das system zu isolieren immer von links ran da ist die frage links ist im moment da ist sie keiner du schwimmst wieder vor kollege lotte ja du bist hinter mir ja lass uns mal gucken wie wir jetzt hier reinkommen im nachts nicht an rechts oder links hier könnte ich nicht schießen also ich bin im wasser nein wir müssen sowieso oder lang leise leise rein ja koppel kannst auch von hier gar nicht schießen aus dem wasser kann sie nicht ja sollen wir hier drauf wir kommen erst mal mit wer bist du ja wartet die bewegen sich jetzt weg ja dann verhinter die kisten verstecken da überhaupt da rankommen weil sie vier stück oder wir gehen links hinten drauf kommt nicht mehr weg links ist da ist meistens keiner hier wir sind noch im dunkel noch sieht uns keiner einmal links drauf gehen nein ja die beiden tauschen da immer die plätze genau jetzt steht aber hier nur einer hinter dem hinter dem zwei gehen weg ja vorsicht da steht direkt einer vor ihnen ja ich sehe den doch wir müssen gucken dass sie jetzt hinter die kiste ich gucke jetzt haben jetzt haben wir die chance ja bleibt da stehen wenn der kommt holt ihn euch hinter dir oder ich werde gesehen glück gehabt jetzt kommen alle kommen die wasser kommen die wasser oh nein nein geht ins wasser kann der einen denn sehen egal komm jetzt müssen wir sie hier raus der ist hier leute Ach, Fick dich, ey. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, scheiße, hier runter, ah, Fick. Wer wurde gesehen? Ich. Scheiße. Eigentlich kann der mich gar nicht sehen. Du standst direkt vor dem im Wasser. Wie soll er dich da nicht sehen? Wie ich stehe im Wasser? Der konnte mich nicht sehen, weil ich im Dunkeln war. Egal, nochmal. Egal, nochmal. Wir müssen noch ein bisschen lang laufen jetzt, los. Los, komm. Da ist schon der Eingang. Ja, Vorsicht, da hinten ist aber ein Fahrzeug. Zumindest aber vorhin ein Fahrzeug da. Links. Und sie, da hinten steht. Wo siehst du mir ein Fahrzeug? Da hinten sind auch Leute. Na ja, gut. Wie ist es jetzt? So, jetzt mal eine andere Idee. Ja, die Idee war gut, aber soll man von links vielleicht? Ja, wir versuchen das jetzt von links. Von links, dann ging es. Weil das Problem ist, dass du aus dem Wasser nicht schießen kannst. Ja, ja, richtig. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da links vielleicht... Warte wieder hier gleich auf euch hinter der Wäschung. So. Was ist denn da? Hm. Lacht sich dann? Aus. Hier, links runter und dann raus. Da ist dann einer. Na, jetzt kommen sie natürlich hier drüber, ist ja klar. Aber warte mal, von links, wenn wir ganz links in der Ecke sind, da wo der Don jetzt ist, da geht gar keiner lang, ne? Doch, die laufen hier lang. Da ist es runter. Ihr braucht nur SDRG gedrückt halten. Ja. Die laufen immer hier so rum. Hm. Wir müssen die von hier weg machen. Oder wir teilen uns auf. Ich hab ne Idee. Einer von rechts, einer von links. Kommt hier oben rauf. Kommt hier rauf. Wird sie uns nicht sehen? Ich leg mich mal hier so hin. Oh, ich werd ges... Was? Da will es jemand wissen! Maaann, ey. Kärzt du nicht? Was ist da los? Das ist nicht so küsse. Ja, wir haben aber die bessere Position. Naja, die schießen von oben. Das ist nicht so gut. Okay. Ja, na komm noch. Lass sie kommen, lass sie kommen. Nehmt eure Sniper-Klarrener-Möglichkeit. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Moment, ist ruhig. Wer redet denn da noch? Ja, irgendwo ist noch einer, aber ich weiß nicht wo. Moment, ist Ruhe. Das beruhigt sich gleich. Oh, aber ist krass. Was war denn da los bei den Erfinishen? Die wurden gesehen? Hm, weil ich... Beim Hochklettern wurde ich gesehen. Hm. Die ersten holen sich die Skell-Punkte. Zack, zack. Copy, set. Sobald ihr die habt, sichert ihr. Hm. Ach, mach auf. Ja, sicher. Sicher. Oh, Junge, ey. Komm doch aus dem Wasser raus, ey. Kingfist. Base? Ich bin mal zurück, oder? Kennst du nicht mehr? Nee. Kann nichts machen. Tauchen? Nein, geht nicht. Ich häng im... Im Boden fest. Dann geh auf... Geh auf die Karte und... Äh... Mach Schnellreise zu uns. Kann ich nicht. Während des Kampfes nicht verfügbar. Oh, ich steck fest hier. Dann müssen wir erstmal weiter. Oh, nein. Ist aber grünes. Blau ist. Irgendwann hat der da wieder auf gelb geschaltet. Oh, Mann, Leute, ey, bitte. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Kann doch nicht sein, Mann. Warte, Mike. Hm. Nicht vorrennen jetzt. Lass uns zusammenbleiben, wenn überhaupt. Ich bin auf jeden Fall bei dir. Ja. Gerade nochmal. Ich muss mal hier nachts ausschalten. Hinten ist noch Moon. Hinten ist noch Feston. Ich komme hier nicht weg. Ah, ne. Komm hier nicht weg. Soll ich mal hier so einen Soldaten da reinschmeißen vielleicht? Der da irgendwas bewirkt? Ja, da muss ich ihn aber hier reinschmeißen, da wo ich bin. Ah, was? Habe ich mir so gedacht. Ja, Leute. Toll. Das ist wieder ganz toll. Wie ihr sehen könnt, hier. Ich hänge hier in der Map fest. In der Map? Ja, ist so. Ey, ich will ihn da reinwerfen. Der Finch schnappt sie ein und rennt vor mir her. Kann doch nicht sein. Einer reicht. Mach ihm da nicht alles zu. Ja, dann mach. Es ist ja... So, ich schmeiß rein. Ja, aber wir will nichts nutzen. Ja, super. Okay, Mike. Darfst du auch nochmal... Er hat ja richtig weitergebracht. Ja, ich hab den... Mach nur ablegen. Stell dich am Ende hin und mach ablegen. Okay. Und? Nichts, nein. Keine Chance. Was? Keine Chance. Ich komme hier nicht raus. Okay. Ja, soll man das jetzt zu Ende machen? Du bleibst einfach hier und... Ja, nach sicher. Na toll, na klar. Was sonst? Oder wolltest du dich ausloggen? Ja, natürlich. Muss ich ja. Bleibt da, wo ihr seid. Ja, wir gehen hier mal hier in Deckung. Naja, ich gehe mal eben kurz raus. Aber, warte mal. Stopp mal. Kann ich ja gar nicht. Dann muss ich ja die Aufnahme stoppen bei mir. Ja, dann... Wäre ja auch assi. Mhm. Kann ich auch nicht machen. Also bleibst du im Moment da und wir gucken mal ein bisschen? Ja, das bringt mir ja nichts. Weil wenn ihr die Mission zu Ende macht, dann kriege ich die Punkte hier nicht mehr. Doch, klar. Ne, wie denn? Ich kann die Scale-Punkte nicht einsammeln? Oh, gar nix. Ah, ich bin raus. Ah. Ach, kann doch nicht sein. Warte mal. Ey, was ist das denn? Ey, habt ihr das schon mal gesehen? Hm? Guck mal hier. Ich bräuchte jetzt normalerweise nur... Guck mal. Aber meinst du, ich komm hier raus? Warte mal, ich nehme mir mal den Typen weg hier. Kannst du mit Leertaste? Äh, geht nicht, ne? Dann mach ich ja die ganze Zeit. So. Kann ich hier nix machen. Hm. So. Kann nichts machen. Sollen wir eben kurz ein Päuschen machen und ich lock mich kurz aus? Ja, dann machen wir das. Ja? Ja. Genau, wir beenden kurz die Aufnahme, Leute. Ihr seht halt ja selber, da ist ja irgendwie ein Bucky-Book hier. Bucky-Book? Ja, ja. Ich gebe kurz raus und dann sehen wir uns nachher wieder. Also, bis gleich, Leute. Bis gleich. Ciao. Ciao!